Die Spur Seit Menschengedenken und darüber hinaus wird sie hinterlassen. Sie ist Zeuge, Vermittler oder Prophet einer Handlung, eines Umstandes, eines Ereignisses. Ohne sie wüssten wir nichts von riesigen Urgestalten, den Totenkult des alten Ägyptens. Sie ist das versiffte Badezimmer am Morgen, das an den Vorgänger erinnert, das Knöllchen gegen Falschparken oder der weiße Streifen am Ringfinger, der von einer gescheiterten Beziehung zeugt. Überall werden gewollt oder ungewollt Spuren hinterlassen. Spuren verweisen auf das, was war, das was ist und sogar auf das, was noch sein wird. Und da alles eine Spur ist, sind auch wir nur ein Verweis. Jacques Derrida war ein französischer Philosoph und Menschenrechtler. Er gilt als Hauptvertreter der Dekonstruktion. Die Dekonstruktion ist eine Methode, die die Verstehens- und Geltungsbedingungen eines Textes analysiert. Also die Umstände, die dafür verantwortlich sind, wie ein Text auf den Leser wirkt. Derridas Auffassung nach ist die Schrift eine Spur. Und zwar eine Spur unbekannten Ursprungs. Grundlage seiner Überlegung ist die Annahme, dass Sprache keine klare Materialisierung vom übergeordneten Sinn sein kann. Keine Bedeutung ist unwiderruflich an einem Begriff gebunden. Eine Bedeutung, die wir einen Begriff zuordnen, ist vielmehr Ergebnis eines Verstehensprozesses. Welche Bedeutung wir einem Bild zuordnen, ist von Person zu Person unterschiedlich. Grund dafür sind die individuellen Gegebenheiten, wie Erziehung, gesellschaftliches Umfeld oder Intelligenz, die den Verstehungsprozess beeinflussen. Da sich niemand perfekt in die Lage des anderen versetzen kann, kann also auch niemand behaupten, er würde den Gegenüber genau verstehen. Mehr noch, ganz getreu dem Motto, man lernt nie aus, kann auch der Urheber eines Textes den ursprünglichen Sinn seiner Arbeit nie komplett ergründen. Im Zeitraum zwischen Schöpfung und Konsum hat auch er neue Erkenntnisse gewonnen, wurde also sein Verstehensprozess abgewandelt. Damit zeigt Derrida, dass sich die Bedeutung eines Begriffs ständig verändert. Kein Begriff hat eine eindeutige, ursprüngliche und überdauernde Bedeutung. Den Sinn, welchen wir heute Begriff A zuordnen, kann schon morgen eher auf Begriff B zutreffen. Bei jedem Gebrauch wird er neu eingeordnet. Folge dieser dynamischen Begriffsbildung, jedes Wort wird zur Spur. Es verweist nicht nur auf die gegenwärtige, sondern auch auf die vergangene und zukünftige Bedeutung.